Welches Jahre haben wir? 1941. Und welcher Tag ist heute? Mittwoch, denke ich. Wunderbar. So knapp wie Sie können. Können Sie Gedanken lesen? Hereinspaziert! Bestaunt die Mysterien des Universums! Ich schenke dir die Welt und alles darin. Was redest du dafür, Zeug? Wir lesen Gedanken in unserer Schule. Ich sehe eine Frau, Abigail. Oh Gott! Zeig's mir. Dir zeigen? Jeder hat einen Schatten aus der Vergangenheit. Sie sind ein ganz schlimmer, oder? Willst du groß rauskommen in einer Zwei-Personen-Show mit mir? Was für ein Gegenstand hält die Dame in ihren Händen? Eine Taschenuhr! Richtig? Master Stanton, könnten Sie sie uns nennen? Was befindet sich in der Tasche? Eine Damenpistole. Sie sind leichter zu geschauen, als Sie denken. Das ist nur Schwende. Genau wie bei mir. Wenn Sie mir helfen, können wir in dieser Stadt ziemlich was reißen. Sie kennen mich kaum. Ich weiß. Sie sind nicht gut. Und ich weiß das denn. Ich bin's auch nicht. Das ist kein Jahrmarktstrick. Machen Sie einen Fehler. Fallen wir beide. Wir hatten einige Hochstapler in der Vergangenheit. Werden ausgesiegt. Was hast du getan? Wo hast du das gemacht? Wo hast du das gemacht? Manchmal sieht man Grenzen erst, wenn man sie überschritten hat. Sie täuschen nicht die Menschen. Sie täuschen sich selbst. Schritten. Sorry. Hä? Ich weiß nicht. Was sind die Krebs rausgegriffen. Ich bin's auch nicht.